Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir 5 Aktien von der 10x Watchlist. Kommt zu Adobe. Aktuelle Marktkapitalisierung 226 Milliarden US-Dollar. Ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 11,3. Ein derzeitiges KGV von 47. Bei einem erwarteten KGV von 24. Und eine Shortquote von ca. 1,2%. Adobe schauen wir uns zuerst mal kurz im Wochenchart an. Wir gehen danach gleich in den 8-Stunden-Chart wegen der aktuellen Preis-Action. Der Wochenchart ist uns aber bitte ein Warnsignal. Wir sind zum einen natürlich in dieser massiven bärischen Engulfing-Kerze in der Woche vom 11. März, also die von vor einer Woche nach unten gebrochen, mit hohem Volumen unter der 500 US-Dollar-Marke auch geschlossen. Die abgelaufene Handelswoche hat es nochmal probiert anzusteigen, ist jetzt aber an der 50-Wochen-Linie ganz klar abgeprallt und wurde abverkauft. Das ist jetzt ein Warnsignal, ist aber noch nicht der K.O.-Schlag für die Aktie. Möchtet ihr auch dazu sagen, denn wir sehen an der Downside, und deswegen sind wir jetzt hier auch gerade erstmal im Wochenchart, wir sehen hier die 200-Wochen-Linie laufen. Das war zuletzt jetzt nicht unbedingt der beste Indikator für die Aktie. Sie ist hier glatt nach oben durchgegangen und auf der Downside ein bisschen Volatilität gab sie, aber es war jetzt nicht ein eindeutiger Support oder ein eindeutiger Widerstand. Aber wichtig genug, dass wir das Ganze hier zumindest mal auf dem Schirm haben, denn wir kriegen die Aktie in einem 4-Stunden-Chart nahezu überverkauft. Der Tagesschart war es hier zuletzt auch. Und das ist hier mal Grund genug, dass wir zumindest die 200-Wochen-Linie auf dem Schirm haben bei 478 US-Dollar. Das ist dann hier auch im Bereich vom 38er Fibonacci des Anstiegs. Wir haben hier auch ein 50er Fibonacci. Und das ist hier vor allen Dingen auch der Bereich, wo wir in der Woche zuvor durchaus Support gesehen haben. Ein bisschen tiefer wäre sogar noch denkbar, da war das Tief der Wochenkerze bei 485. Ich habe mal die 478 auf dem Schirm, das ist die 200-Wochen-Linie. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist das hier unter 500 US-Dollar eher schwierig für die Aktie. Denn wir sehen hier auf jeden Fall die Supportzone im Jahr 2023. Und das war dann hier auch ganz klar Widerstand im Jahr 2020. Das darf hier sehr, sehr gerne halten. Möchte ich dazu sagen, dippt runter, müssen wir der Aktie nochmal zusprechen. Aber über 500 US-Dollar ist sie, wenn dann freundlich, müsste dann aber auch aus dem Abwärtstrend ausbrechen. Aber dazu mehr gleich im 8-Stunden-Chart. Und wichtig, falls sie uns unter die 478 fällt, ist meine Zielzone für Adobe zu sehen im Bereich bei circa... Na, ich muss fast sagen, dann rechne ich damit, dass wir das 61er Fibonacci sehen dürften. Das wäre dann der Bereich zwischen 430 und 420 US-Dollar. Und im 8-Stunden-Chart sehen wir die Preis-Action, über die wir gerade auch gesprochen haben. Herrlich. Und es war hier einmal der Crash eben am 15. März, als die Aktie vor allen Dingen auch im Rahmen der Earnings von den 580 wirklich nach unten geprügelt wurde. Um nahezu 100 US-Dollar hier auf 487 US-Dollar. Da waren wir auch sehr stark überverkauft im 8-Stunden-Chart. Danach gab es den Versuch der Bullen hier anzusteigen. Das war durchaus eine Rallye um 8% und die wird eben jetzt nochmal abverkauft. Und das schauen wir uns jetzt ganz genau an. Wir können uns natürlich auch mal aus dieser Reflex-Rallye die Fibos anzeigen lassen. Das 88er Fibo wären hier 489 US-Dollar. Das wäre das Level, was wir hier bräuchten für einen lokalen Doppelboden. Drunter wird es dann eben schon kritisch. Die 478 haben wir eben auf dem Schirm. Aber wie gesagt, so eindeutig war die 200-Wochen-Linie nicht. Ich habe sie euch nur hier mal gezeigt, dass die auch in diesem Bereich ist. Man müsste dann wirklich mit einem tieferen Abtauchen nochmal rechnen bei der Aktie. Vor allen Dingen unter der 200-Wochen-Linie öffnet sich dann eben hier das Fenster zwischen 460. Aber ich denke, dass wir dann wirklich auch tief in diese Zone hier abtauchen können. Gerade eben dann in Richtung 420 US-Dollars. 61er Fibonacci ist dann eben hier unten bei 415 bis 420 US-Dollar. Also beobachtet das hier mal und habt es mal auf dem Schirm. Die 500 US-Dollar, die waren hier schon wirklich gut zum Markt. Das muss man ehrlich sagen. Das ist hier ein super Support für die Adobe-Aktie. Tipp drunter, kleine Bärenfalle, Rallye und jetzt hier der Doppelboden auf den 500. Dann könnte man es nochmal probieren, keine Frage. Bloß wichtig, übergeordnet muss man es natürlich auf dem Zettel haben. Erster Impuls, dann gab es hier die Korrektur. Zweiter Impuls, jetzt ist hier wieder korrektiv. Dann gib ihm noch einen dritten Impuls und dann kriegen wir es hier unten, wie gesagt, in der Zielzone überverkauft. Ansonsten muss der Markt hier zupacken und idealerweise Adobe über 500 US-Dollar halten. Und von hier kann sich dann jederzeit eine Reflex-Rallye nochmal ausspielen in Richtung der 533 bis 545 US-Dollar. Hier ist dann aber der große Abwärtstrend und darüber haben wir auch gerade gesprochen. Wenn es hier wirklich um den großen Breakout geht bei Adobe, da hat sie Zeit. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Da kann sie ja noch sidewärts gehen. In der Weile wichtig wäre eben der große Breakout dann über 550 US-Dollar aus aktueller Sicht. Und da wären wir dann eben auch wieder über der 200-Tage-Linie. Wenn ihr euch erinnert, das war ja hier die Argumentation, warum wir überhaupt long gegangen sind bei Adobe hier oben im Bereich um die 533. Wir haben die 200-Tage-Linie gekauft, sind hier oben wirklich punktgenau im Rahmen von einem 3 zu 1 CRV rauskommen, kurz bevor die Aktie gecrashed ist. Um eben dann übergeordnet wirklich wieder bullish werden zu können, brauchst du eine Aktie ohnehin über der 200-Tage-Linie. Und damit eben auch entsprechend erst wieder richtig bullish mit dem Breakout aus diesem Abwärtstrend. Aber habt ihr schon mal den Blick auf die 500 US-Dollar, falls die Aktie aber wie gesagt eben deutlich unter 480 fallen sollte. Dann erstmal Hands-off, bis wir hier unten dann wirklich tief und dann vermutlich auch nochmal stark überverkauft in der Zielzone ankommen. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Kommt zu Alibaba, aktuelle Marktkapitalisierung 172 Milliarden US-Dollar, ein derzeitiges Kursumsatzverhältnis von 1,3, ein aktuelles KGV von 13, bei einem erwarteten KGV von 8,5, einer aktuellen Shortquote von ca. 2% und einer Dividendenrendite von ca. 1,3%. Alibaba schauen wir uns zuerst mal im gesamten Chartverlauf an, zurück bis 2014, 2015. Das können wir aber relativ schnell machen. Es hat sich bei Alibaba sehr, sehr wenig getan in den letzten Handelswochen. Es geht hier um eine Konsolidierung im Bereich zwischen 73, 70 und das übergeordnete 52 Wochentief, was wir gesehen haben, ist bei 66 US-Dollar. Und vor allen Dingen die 73 US-Dollar sind durchaus wichtig. Das war hier im Jahr 2015 erstmal die Allzeittiefs. Danach gab es den ersten Bounce nochmal einen Doppelboden und die erste Rallye hat sich dann Support abgeholt bei den 73 Euro. Von hier ging es weiter in Richtung der 86 US-Dollar natürlich Verzeihung und danach eben letzten Endes die massive Rallye bei Alibaba. Und jetzt sind wir hier eben im Bereich von den 73 US-Dollar knapp drunter, 72 US-Dollar, 13 Cent. Wir schauen uns das Ganze noch kurz im Wochenchart an, weil so ein bisschen vorsichtig müssen wir hier durchaus sein. Wir sehen Widerstand an der 20-Wochen-Linie, an der 20-Tage-Linie und an der 50-Tage-Linie. Und überall haben wir jetzt aktuell drunter geschlossen bei Alibaba. Das ist hier nicht ungefährlich, vor allen Dingen jetzt wieder unter den 73 Dollar. Das ist durchaus etwas, was man auf dem Zettel haben muss. Das ist hier das Level um genau 70 US-Dollar und das schaue ich mir jetzt hier ganz genau an, falls das brechen sollte. Und wir haben es ja auch beim Hang Seng Index angesprochen zuletzt. Da bildet sich jetzt auch ein kleiner Trendbruch, das haben wir gesehen, aber auch beim Hang Seng Index die Chance, eine inverse Kopf-Schulter-Formation zu bauen. Und das spiegelt sich hier bei Alibaba auch im Chart. Man muss aber dazu sagen, falls hier die 70 US-Dollar brechen sollten und falls dann eben gleichzeitig beim Hang Seng Index auch die 16.000 Punkte brechen sollten, da müssen wir extrem vorsichtig sein und neue 52-Wochen-Tiefs bei Alibaba würde eben dann bedeuten, dass wir auch nochmal die Tiefs aus 2022 antesten. Aber ich muss hier ganz klar dazu sagen, auf der einen Seite, wenn ich mir die Fundamentaldaten anschaue bei Alibaba, das ist wirklich stark und die ist auch günstig bewertet aktuell. Also ich bleibe hier definitiv investiert. Und auf der anderen Seite muss man sich auch wirklich völlig im Klaren sein, solange wir nicht unter die 2022er Tiefs fallen, und das gilt ja auch für den Hang Seng Index, kann sich hier eben ein gewaltiger Doppelboden bilden. Und ich habe es heute auch auf dem Discord schon den Mitgliedern mal besprochen, das ist eben auch oftmals so in der potenziellen Endphase von so einem langjährigen Bärenmarkt. Gerade die Schlussphase ist dafür gedacht, dass wir als Anleger auch nochmal zweifeln an uns, Mensch, kann das denn sein, dass hier kein Geld reinfließt? Sind wir hier denn wirklich völlig falsch? Und ja, wenn die 2022er Tiefs brechen und wenn Alibaba neue Allzeit-Tiefs macht, dann sind wir hier auch völlig falsch. Aber das werden wir dann auch beim Hang Seng Index sehen, weil der dann auch auf deutlich tiefere Kurse abstürzt. Aber solange wir hier im Rahmen von dieser Bodenbildung unterwegs sind, dient das einfach, um wirklich den Anlegern noch den letzten Nerv zu rauben, vielleicht sogar noch den letzten Washout, um danach eben die Trendwende einzuleiten. Ich muss dazu sagen, vor allen Dingen über den Tiefs aus 2022 bleibe ich auf den chinesischen Aktienmarkt zumindest weiter freundlich und sehe eben dann hier im großen Bild potenziell einen gewaltigen Doppelboden. Nicht nur bei Alibaba, sondern vor allen Dingen auch beim Hang Seng Index, also am chinesischen Gesamtmarkt. Kommt zu Nike, aktuelle Marktkapitalisierung 142 Milliarden US-Dollar, ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 2,6, ein derzeitiges KGV von 27, bei einem erwarteten KGV von 23, einer Shortquote von ca. 1,3% und einer Dividendenrendite von ca. 1,5%. Nike schauen wir uns zuerst im Wochenchart an. Auf der linken Seite seht ihr die Preissection zurück bis 2015, 2016. Im Prinzip muss man aber sagen, geht es hier wirklich um die aktuelle Preissection und die könnte bei Nike spannender nicht sein. Abgelaufene Handelswoche nochmal ein Minus von 6%, vor allen Dingen auch mit relativ hohem Volumen, aber das müssen wir uns jetzt wirklich ganz genau anschauen und hier ist auch der Ausgang noch absolut ungewiss, weil ich wirklich dazu sagen muss, unter 100 US-Dollar müssen wir hier bei Nike wirklich vorsichtig sein. Das ist ein wichtiges psychologisches Level und das ist vor allen Dingen auch ein Level, wo wir drunter zwar kapituliert sind zuletzt und aggressiv gekauft wurden, wo sich jetzt aber eben die Frage stellt, kann der Markt dieses Kunststück wiederholen? Kann der Markt die Nike-Aktie von hier wieder über 100 US-Dollar drüberholen? Und das ist es, was der Markt schaffen muss, denn ansonsten bricht uns der Aufwärtstrend seit dem Corona-Tief. Ansonsten bricht uns auch das 88er Fibonacci, dieser Rallye seit den letzten September-Tiefs. Und dann wäre das Mindestziel meiner Meinung nach bei Nike zu sehen im Bereich von 82 US-Dollar. Das ist dann das Tief aus dem September 2022. Das wäre mein Mindestziel, falls diese aktuellen Levels bei 92 US-Dollar brechen sollten. Im Prinzip muss man aber sagen, aus dieser Rallye, die sich übrigens genau an der 200-Wochen-Linie Widerstand abgeholt hat, das ist ein extrem wichtiger gleitender Durchschnitt auch für die Nike-Aktie. Also hier durchaus der Versuch der Bullen zuletzt, aber es ist hier Distribution drauf bei Nike. Wir sehen es eindeutig an den fallenden Hochs. Wir sehen es aber zum jetzigen Zeitpunkt eben auch noch an diesen steigenden Tiefs, das der Markt hier noch nicht ganz loslassen will. Aber so einen intensiven Test von diesem Aufwärtstrend, als wir ihn jetzt hier wirklich mit der aktuellen Handelswoche gesehen haben. Vor allen Dingen, das ist hier wirklich auch ein bisschen impulsiv zur Downzeit. Muss man aber auch dazu sagen, war es die letzten Male auch. Genau das ist hier Make-or-Break für Nike. Habt das wirklich auf dem Zettel und habt vor allen Dingen die Aktie ganz weit oben auch auf eurer Watchlist. Wenn das hier nochmal im Boden ist für die Aktie, dann steht hier eine Rallye bevor, mal mindestens nochmal zurück in den Bereich um die 116 US-Dollar. Meiner Meinung nach ist hier auf jeden Fall nochmal ein Backtest denkbar, auch der 200-Wochen-Linie. Und falls dann hier beim dritten Versuch das wirklich der Boden sein sollte für die Aktie und wir über der 200-Wochen-Linie uns halten können, dann ist natürlich deutlich mehr Potenzial drin. Spätestens dann gibt es auch ein Update dazu. Aber aktuell wie oft müssen wir erstmal auf die Downzeit achten, dass das uns hier nicht komplett nach unten wegrutscht. Und da sehen wir genau das 88er Fibonacci. Das ist hier das Level, was gekauft wurde. Die 92 US-Dollar ist das Tief der abgelaufenen Wochenkerze. Drunter Mindest-Target 82 US-Dollar. Aber im Prinzip die Zielzone aus der Rallye, die wir hier gesehen haben. Das ist dann der Bereich zwischen 77 und 64 US-Dollar. In anderen Worten, im Prinzip grundsätzlich, das haben wir aber auch schon seit Wochen und Monaten besprochen auf dem Kanal, unter 100 US-Dollar sind wir bitte vorsichtig bei Nike. Unter 92 wollen wir vermutlich mit der Aktie erstmal kurzfristig nichts zu tun haben. Wenn mir dieser Aufwärtstrend hier wegbricht seit dem Corona-Tief, dann ist mir das hier erstmal nichts. Und dann schauen wir hier auf den Bereich von den 82 US-Dollar, wie es dann vor allen Dingen auch mit den Indikatoren aussieht. Die sind hier nicht überverkauft. Weder der Wochenchart, der 4-Stunden-Chart ist bei 30, der Tagesschart ist bei 31. Das ist hier am überverkauft sein. Aber gerade die Woche, die ist hier bei 38. Das ist mitten in der bärischen Kontrollzone. Wenn der Markt hier eine überverkaufte Nike im Wochenchart will, naja, dann kriegen wir sie halt hier unten in der Zielzone und haben dann allerdings hier mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch bei einem 88er Fibonacci zum Corona-Tief zwischen 77 und 75 US-Dollar bereits einen sehr guten Kaufzeitpunkt. Aber gerade prozentual wäre das natürlich nochmal schmerzhaft zwischen 17 und 25 Prozent Downside. Hab hier bitte die Chartsituation auf dem Schirm, dass das einmal freundlich ist aus Sicht der steigenden Tiefs, dass das einmal aber wirklich unfreundlich ist aus Sicht der fallenden Hochs und dass der Markt sich jetzt eben hier entscheiden muss. Geben wir diesem Aufwärtstrend nochmal eine Chance für das erste, effektiv höhere Hoch dann bei Nike seit letzten Endes 2021 oder hat der Markt jetzt hier die Nase voll und möchte tiefere Kurse sehen, um die Aktie aufzusammeln. Dann erstes Ziel, 82 US-Dollar. Im Prinzip hier dann aber auch bitte rechnen mit der Zielzone zwischen 77 und 64 US-Dollar. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonniere auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Kommt zu Bayer, aktuelle Marktkapitalisierung 27 Milliarden Euro, ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 0,6, derzeit unprofitabel bei einer Dividendenrendite von ca. 0,3 Prozent. Bayer schauen wir uns zuerst mal im gesamten Chartverlauf an. Auf der linken Seite seht ihr die Preis-Action zurück bis in die 90er Jahre. Wir sind hier auch im Wochenchart, also eine Handelskerze ist hier eine Woche. Die tiefste, die wir bei Bayer gesehen haben, das war hier im Bereich von ca. 8,50 Euro einmal im Jahr 1990 und dann nochmal hier im Jahr 2003, da waren es in etwa 8,80 Euro. Die Hochs haben wir gesehen bei 144 Euro im Jahr 2015 und warum wir die Aktie heute im Video auch wieder mit dabei haben. Wir haben jetzt zuletzt hier das 88er Fibonacci abgeholt. Der gesamten Chart-Historie über diesen Bereich hatten wir auch schon seit Monaten gesprochen, dass das hier durchaus das Ziel des Marktes sein kann, sich hier von dieser gesamten Chart-Historie das 88er Fibonacci abzuholen. Das sind ganz genau 24,50 Euro und ich muss wirklich dazu sagen, darunter möchte ich die Aktie jetzt nicht mehr sehen. Wir schauen uns gleich im 8-Stunden-Chart an, wie das momentan aussieht. Möglicherweise auch hier jetzt eine kleine Position eingegangen, sprechen wir gleich drüber im nächsten Clip. Aber wichtig, unter diesem Level wollen wir die Aktie nicht mehr sehen. Ansonsten gibt es hier im Prinzip nur eine Preis-Action, das ist der Crash 2002, 2003. Und da wären die Support-Levels dann erst im Bereich von ca. 17, 18 Euro. Da drunter dann wirklich senkrecht drunter in Richtung auch der Allzeit-Tiefs. Und es gibt hier unter diesem Level noch einen Kurs drunter. Das war einmal auch ganz genau das Tief im Jahr 1997. Es gab ja auch schon mal eine Preis-Action dann 2001. Da ging es runter auf 20 Euro. Man muss also dazu sagen, unter diesen 24,50 Euro. Und vor allen Dingen auch unter dem Gesichtspunkt, weil uns die Aktie dann wirklich nach dieser gewaltigen Abverkaufsserie unter das All-Time-88er Fibonacci brechen würde. Da muss man mindestens nochmal 20% runterrechnen auf 20 Euro. Wie gesagt, richtige Support-Levels dann, die wir zuletzt auch gesehen haben im Jahr 2004 und davor in 2002. Das wäre dann der erste Bereich. 16,50 bis 18 Euro und 10. Bayer ist spannend. Ist hier vor allen Dingen auch im Wochen-Chart heillos überverkauft. Und das hier den gesamten Abverkauf über. Es hat sich auch eine gewisse bullische Divergenz aufgebaut. Die sieht man vor allen Dingen im MACD. Wir sehen hier auch ein schönes Falling-Bet. Schauen wir uns gleich im 8-Stunden-Chart an. Aber wir sehen es hier im Wochen-Chart. In dieser vor allen Dingen letzten Abverkaufswelle. In Richtung 88er Fibonacci hat sich jetzt hier nahezu das gesamte Momentum im MACD bereits abgetragen bei tieferen Kursen. Also eine bullische Divergenz und auch eine gewisse bullische Divergenz im Wochen-RSI mit deutlich weniger negativen Momentum. Bei tieferen Kursen 24,50. Das kann für Bayer hier der Boden gewesen sein. Möchte ich ganz klar dazu sagen. Wichtig, darunter wollen wir die Aktien nicht mehr sehen. Und wie gesagt, ich bin jetzt hier mal investiert. Wir schauen uns auch gleich das Trade-Setup entsprechend an. Das ist jetzt hier aber damit vorausgesetzt, dass wir hier nicht den großen Breakout zurücksehen. Also aktuell spekuliere ich jetzt hier gerade mal auf einen Bounce vom 88er Fibonacci. Denn diese Zone, das ist die absolute Hauptwiderstandszone für die Aktie, um hier wirklich von der Trendwende sprechen zu können. Da braucht man Bayer deutlich zurück über 30 Euro. Aber bis dahin haben die Bullen wirklich eine Menge zu tun. Und das schauen wir uns jetzt hier mal an im 8-Stunden-Chart. Ich muss dazu sagen, die Preissection ist hier schon wirklich hochinteressant. Es gab hier am Donnerstag, den siebten, eben dieses eine Wick zur Downside, das hier unten diese Zone abgeholt hatte. Hier saßen meine Preissalarme eben im Bereich vom 88er Fibonacci. Ich habe mir das dann hier noch ein bisschen angeschaut. Die Aktie ist zurückgekommen in dieses Falling Wedge. Und hier war dann jetzt letzten Endes mal der Zeitpunkt, wo ich den Einstieg getätigt habe. Was ich nicht mehr sehen möchte, sind klar Kurse unter dem 88er Fibonacci. Das ist für mich jetzt in etwa eine Downside von 6,7%. Und das Potenzial, was ich hier sehe, ist durchaus eine Rallye in bis zu 20%. Und deswegen hier auch die Möglichkeiten 3 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis im Chart 1 zu zeichnen. Wenn wir uns hier mal die erste Distanz entsprechend abzeichnen von diesem Falling Wedge, dann sehen wir hier genau in etwa die Zielsetzung im Bereich der 30 bis 31 Euro. Das heißt, im Prinzip habe ich hier schon mal diesen Bereich auf dem Schirm als Target für Bayer. Aber man muss wirklich dazu sagen, lasst uns jetzt hier mal Schritt für Schritt das Ganze beachten. Wir haben jetzt hier ein absolut wichtiges Level abgeholt. Eine gewisse Reflex-Rallye ist hier durchaus angezeigt. Wichtig ist aber auch, dass wir es derzeit auch noch nicht geschafft haben, über die 20-Tage-Linie auszubrechen. Also solange Bayer es hier nicht schafft, über 27 Euro wirklich auszubrechen, ist das hier noch sehr, sehr wackelig. Und die Support-Zone, die sich hier gebildet hat im 8-Stunden-Chart, das ist dieser Bereich. Also prinzipiell wird es bereits unter 25,70 Euro durchaus gefährlich. Die Kurse unter 24,50 Euro, die würde ich mir hier nicht mehr anschauen. Ansonsten muss man einfach mit einer Kapitulation rechnen. Dann ist für den Markt auch irgendwo klar, alles nicht mal dieses Level hier hat jetzt geholfen, um hier mal eine größere Gegenbewegung einzuleiten. Aber an und für sich aus charttechnischer Sicht ist das hier interessant. Falling Wedge inklusive Breakout und zwar eine sehr saubere Abwärtstrend-Linie. Wir sind jetzt hier im 8-Stunden-Chart am Freitag ausgebrochen. Was wir jetzt eben letzten Endes sehen wollen, das können wir uns auch einzeichnen hier gewissermaßen. Diesen Aufwärtstrend mit Preissalarm und 8-Stunden-Schlusskursen kleiner als. Dann haben wir hier zumindest mal eine Warnung, wenn diese steigenden Tiefs beginnen wieder zu wackeln bei Bayer. Und ansonsten sehe ich hier durchaus, wenn sich das Ganze mal beschleunigt, erstmal eine Rallye in dem Bereich um 28,80 Euro. Hier ist die 50-Tage-Linie, hier müssen wir spätestens dann mit einem Dip rechnen. Im Prinzip wäre das diese Projektion nochmal ein Rücksetzer, um danach im zweiten Versuch dann letzten Endes hier in die Zone vorzudringen zwischen 30 und 32 Euro. Aber extrem wichtig, das sind hier historische Levels. Das ist ein absolut gefährlicher Bereich dann für die Aktien, wo wir noch mit Widerstand rechnen müssen. Das ist ein richtig freundlich, potenziell Trendwende, davon können wir erst sprechen, wenn sie dann hier auch vor allen Dingen klar über die 32 Euro ausbricht. Kommen zu Canopy Growth, aktuelle Marktkapitalisierung, 700 Millionen US-Dollar, ein aktueller Jahresverlust von 944 Millionen US-Dollar, ein derzeitiges Kursumsatzverhältnis von 2,9 bei einer Shortquote von ca. 6%. Canopy Growth schauen wir uns hier zuerst mal im gesamten Chartverlauf an. Wir sind zuerst mal an der Nasdaq, gehen danach gleich an die kanadische Heimatbörse. Worum es mir hier zuerst mal geht, ist, dass wir uns bei den Dollar-Kursen anschauen, wo die 200-Tage-Linie läuft. Die ist bei 5,46 Dollar, der Schlusskurs war bei 7,69 Dollar und da muss man wirklich dazu sagen, die Aktie war nachhaltig nicht mehr über der 200-Tage-Linie und zwar von unten nach oben durchgebrochen seit Oktober 2020. Damals gab es diesen extremen Short-Squiz. Das war das letzte Mal, dass die Aktie wirklich bullisch von unten nach oben durch die 200-Tage-Linie an der Nasdaq ausgebrochen ist. Und was ich euch auch mit auf den Weg geben möchte und dann kommen wir gleich zur Analyse an der kanadischen Heimatbörse und auch entsprechend auf die Kursziele zu sprechen. Ich habe das jetzt nochmal backgetestet, auch vor allen Dingen in Kanada ist es ähnlich und an der Nasdaq. Das war am Freitag das höchste Volumen bei Canopy Growth aller Zeiten an einem Handelstag und das zusammen mit einem Breakout aus der 200-Tage-Linie. Ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn hier noch etwas mehr Rallye hinterherkommt, dann dürfte man zumindest nicht überrascht sein. Und nur, dass ihr das auch nochmal bestätigt seht, wir sind jetzt an der kanadischen Heimatbörse. Also wir gehen gleich auf die Preis-Action ein, aber ich möchte euch auch hier nochmal zeigen, auch hier mit Abstand letzten Freitag das höchste Volumen bei Canopy Growth hier aller Zeiten. Also wir haben es hier wirklich mit einem beherzten Breakout zu tun und auch in Kanada ist die Situation ähnlich. Auch hier gab es im Oktober 2020 das letzte Mal den Breakout-Bullish aus der 200-Tage-Linie und danach eben hier diesen massiven Short-Squeeze bei Canopy Growth. Nur mal der Vollständigkeit halber hier oben sind Kurse. Das letzte Mal haben wir die Aktie im Jahr 2021 gesehen bei 500, 600 kanadischen Dollar. Und aktuell wissen wir, dass wir den Titel in etwa bei 10 kanadischen Dollar handeln. Also hier ist unglaublich viel Aufwärtspotenzial. Allerdings wisst ihr auf dem Kanal, hier gibt es keine Moon-Targets. Wir handeln, was wir sehen. Und das schauen wir uns jetzt gleich im nächsten Clip an. Hier muss man aber wirklich dazu sagen, nicht nur aus dem Pattern, was wir perfekt auf dem Schirm hatten, auch auf dem Kanal und natürlich auch für die Mitglieder im Discord sind wir hier ausgebrochen. Sondern wirklich auch mit Schmackes aus der 200-Tage-Linie. Das ist eben genau der Punkt, wenn ihr euch erinnert, was wir nicht geschafft haben im Jahr 2023. Da gab es auch eine brutale Rallye. Da gab es eine Rallye um 400 Prozent in etwa. Aber, und das war auch der Call im Video auf dem Kanal, 200 Tage. Jetzt sind wir bitte bei Stonks vorsichtig. Naja, haben wir recht gehabt. Aber jetzt ist das Ganze eben eine andere Situation. Wir sind deutlich tiefer, was die 200-Tage-Linie angeht. Wir sind jetzt bereits hier ausgebrochen. Die Frage ist natürlich, kollabiert das Ganze jetzt hier wirklich komplett wieder zur Downside? Das ist etwas, was man auf dem Zettel haben muss. Denn von der Downside, von dem Hoch, was wir 2023 gesehen haben, sind wir hier nicht aus dem 23er-Fibur ausgebrochen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Da muss die Aktie wirklich deutlich über 11 kanadische Dollar steigen. Dann unsere erste Zielzone im Bereich der 13 bis 19 kanadischen Dollar. Aus Sicht des Hochs, was wir 2023 gesehen haben, ist das 88er-Fibur dann bei 22 kanadischen Dollar. Und die erste bullische Zielzone nach oben, falls es hier neue Hochs geben sollte, falls jetzt hier wirklich etwas Wilderes passieren sollte, dann sind wir bei 32 bis 40 kanadischen Dollar. Bis dahin gibt es eine Menge Updates dazu. Wir werden jetzt diese Cannabis-Rallye wirklich im Detail mitverfolgen, weil wir sie auch vor allen Dingen in Bodenbildung auf dem Schirm hatten und weil sowas immer hochspannend ist. Und vor allen Dingen auch wieder jetzt hier die Aussage, habt das auf dem Schirm, über der 200-Tage-Linie ist das Ganze jetzt hier freundlich. Aber das bedeutet, dass die Aktie auch bis zu 35% korrigieren kann und möglicherweise auch korrigieren wird. Nur um das hier wirklich nochmal zu testen, war das jetzt hier ein Fehler, was wir gemacht haben? Ne, hier ist Support, alles klar, dann geht's los. Also seid hier wirklich darauf vorbereitet, dass jetzt hier Volatilität reinkommen kann, dass hier natürlich auch vor allen Dingen jetzt zur Upside extreme Volatilität drin war mit Allzeithochvolumen. Möchte ich nochmal dazu sagen, das ist hier ein Breakout mit Allzeithochvolumen und sowas ist immer als signifikant zu erachten. Und solange die Leerverkäufer und eben die Shorties auf der Aktie die Aktie jetzt nicht mehr unter die 200-Tage-Linie drunter bringen, muss man davon ausgehen, dass hier noch mehr Upside drin ist. Wie gesagt, erste Zone 20 kanadische Dollar bis 24, das ist dann hier aus Sicht der 2023er hoch, ein tieferes Hoch, der Breakout aus diesem Level. Da schauen wir uns dann die Strukturen, die wir übrigens auch auf dem Kanal perfekt auf dem Schirm hatten. Dieses Deep Crap Pattern, 161er Extension zur Downside, das war hier akkurat der Boden, bevor dieser Short Squeeze letztes Jahr stattgefunden hat. Und wenn wir hier ausbrechen sollten, dann nehmen wir uns diese Struktur zur Brust und dann sehen wir eben die Zielzone einmal im Bereich zwischen 32, 39 und die etwas eskalativeren Targets werden dann sogar zu sehen im Bereich zwischen 47 und 49 kanadische Dollar. Um auf Euro runterzukommen vom kanadischen Dollar, müsst ihr die Werte in etwa durch 1,5 teilen und habt es aber trotzdem auf dem Schirm. Zwei Dinge, die man hier auch ein bisschen mit anmerken muss. Kleine Positionsgrößen reichen hier meiner Meinung nach völlig aus. Und was andere, was wir bitte auch auf dem Schirm haben und was wir auch letztes Jahr vor allen Dingen gesehen haben, eine Cannabis Rally ist gerne ein Warnsignal für den breiten Markt. Die war hier nämlich im September vorbei und danach ist ja der Gesamtmarkt auch in eine übergeordnet schärfere Korrektur gegangen, bis wir dann eben im Oktober beim S&P 500 den Boden gesehen haben. Also das ist jetzt hier definitiv noch vielversprechend für mehr Upside, aber diese Cannabis Rally ist mir jetzt ein gewisses Warnsignal, dass diese Gesamtmarkt Rally, die wir eben seit Oktober letzten Jahres sehen, möglicherweise nicht in den finalen Zügen ist, aber sich eben langsam aber sicher dann einer Korrektur nähern könnte. Für mehr Aktienanalysen und Trade Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt und Aktienanalysen. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung, dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.